Ja, herzlich willkommen zu dem zweiten Vlog hier bei Let's do Multiplay. Ich kenne schon wieder das Telefon. Ich habe schon dreimal versucht, den Vlog aufzunehmen und jedes Mal kenne ich das Telefon. Fantastisch. Ja, Versuch Nummer 4. Deswegen heißt es ja auch Vlog. Dieses Video zu machen, ich wurde ein paar Mal vom Telefon unterbrochen und ja, dementsprechend war es ein bisschen schwieriger, dieses Video vorzubereiten. Mal gucken, ich habe nur ein bisschen Durst. Natürlich ist keine Energie mehr da. Mist, ich kenne auch ein bisschen, hmmm, lecker Wackelpudding essen. Ich habe jetzt aber auch gerade eigentlich gar keinen Schluck drauf. Irgendwas macht hier komische Geräusche. Hmm, mal gucken, was der Kuschel noch so ergibt. Oh, toll. Auch am frühen Morgen schon. Ähm, sehr schön. Ja, der Grund für dieses Video heute ist, dass ich heute Geburtstag habe. Man mag es kaum glauben, heute ist dann auch der Siebte. Ich habe heute Geburtstag. Äh, dementsprechend wurde auch schon ein bisschen gefeiert. Zumindest gestern Abend. Ich habe schon leckere Kuchen bekommen. Hmm, Käsekuchen. Lecker, 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 lecker von meiner Liebsten. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle dafür. Ein bisschen leckeren Kuchen. Ich wacke schon wieder so extrem viel, aber, ähm, was soll's. Dann habe ich noch bekommen hier. Hamburg, äh, Crashfest mit The Offspring und Flogging Molly. Zwei fantastische Bands. Flogging Molly habe ich schon mehrmals live gesehen. Ähm, umso mehr freue ich mich auch auf The Offspring, die ich dann zum ersten Mal live sehe. Sehr schönes Geschenk von meiner Frau. Da freue ich mich auch sehr drüber. Ähm, dann habe ich noch hier das Schönes hier bekommen. Schneide ich an, äh, sonst wird's ein, äh, sonst stirbt ein Einhorn. Schneide ich an, sonst wird's ein Einhorn, ist auch lustig. Ähm, auch ein sehr, sehr schönes Buch von meiner Freundin bekommen. Mal gucken. Äh, 100 nicht ganz legale Erziehungstricks. Und das Einhorn und Wein. Äh, feines Einhorn. Äh, sehr schön. Ja, mal gucken. Dann habe ich noch von den Kindern von meiner Frau nochmal ein schönes Verfügen bekommen. Danke auch an dieser Stelle dafür. Äh, dann noch ein paar nette Karten und so. Und, ähm, meine Facebook-Chronik ist voll. Vielen Dank auch an dieser Stelle dafür. An alle, die jetzt schon daran gedacht haben oder noch dran denken werden, wenn sie dieses Video sehen. Weil das Video geht ja heute am 97. online. Also in ein paar Minuten. Ich werde das jetzt nicht großartig schneiden. Ähm, ja, mal gucken. Die nächsten Tage wird's noch ein bisschen, äh, Landwirtschaftstimulator 2015 geben. Auch nochmal wieder ein paar schöne, grober Folgen, wo ordentlich hier gebrobert wird. Ähm, das definitiv. Ähm, den Kuchen werde ich jetzt nochmal anschneiden hier. Ähm, lecker Kuchen. Jam, jam, oh. Mist. Ja, beim Essen soll man sich ja nicht filmen. Aber, mhm. Alter, das ist ja geil, ja. Das schmeckt mir richtig geil, der Kuchen. Fantastisch. Ja, hier arbeitet der Herr Multiplay. Ja, ein bisschen, ähm, das Arbeitszimmer sozusagen. Wieder ein bisschen chaotisch ausgerade. Ähm, ja. Aber hier, äh, wird fleißig gearbeitet. Also, das ist so Kuchen gut. Fantastischer Käsebrun. Fast noch besser als Erdbeeren. Ähm, Erdbeeren sind auch geil. Käsebrun ist fast noch geiler. Und, ähm, ja, in diesem Sinne. Vielen Dank an alle, die mir jetzt schon gratuliert haben. Die mir noch gratulieren werden. Vor dem Abend gehe ich schön mit meiner Liebsten essen. Ich freue mich auch sehr drauf. Und wie seit den nächsten Tagen kommen jetzt noch Landwirtschaftssimulator. Dann kommt ARK. Ähm, dann kommt Minigolf. Haben wir auch gespielt. Und zwar nicht im Real Life. Müssten wir, ja, Mann. Ich glaube, die nächsten Vlogs. Ich glaube, ich fahre am Wochenende Minigolfspielen. Da habe ich voll Bock drauf. Ja. Am Wochenende mache ich Minigolfspielen. Da habe ich jetzt Bock drauf. Fällt mir gerade ein. Machen wir am Wochenende. Ähm. Ja, Am Minigolf haben wir online gespielt. Jetzt haben wir noch gespielt. Ähm, wir wollen 7 Days to Die ein bisschen machen. Aber, boah. Das Spiel kotzt mich echt an. Ohne Witz. Ist echt hart. Das Spiel. Von daher. Weiß nicht, ob wir da was machen. Wollen wir mal abwarten. Wenn ihr noch Vorschläge habt, was wir mal spielen können sollen. Ähm, schreibt doch in die Kommentare rein. Das, ähm, werden wir dann auch berücksichtigen. Und mal gucken, ob es passt oder nicht. Ähm, keine Sorge. Minecraft werden wir nicht spielen. Das, ähm, fehlt uns noch. Und, ähm, ja. Entsprechend. Genießt den Tag, Leute. Das ist der neue Siebte. Das ist ein geiler Tag. Ähm. Und, äh, ja. Läuft. Let's multiplayer. Und so. Vielen Dank für euren Support. Und wir stellen nochmal vielen Dank an, ähm, Tom, Kata, Gidan, ähm, der Regifail, Charlie, ähm, alle, die immer fleißig mit dabei sind. Und, ähm, wir gucken und kommentieren. Jetzt kriegen wir das jedenfalls wieder. Ich muss weg. Vielen Dank. Bis bald. cái-äum-jam-jam-jam!